Die Feuerwehr Michelstadt meldet via Insta. Absturz eines Leichtflugzeugs Am Montagmittag, 3.10., gegen 14 Uhr, kam es im Waldgebiet zwischen Eulbach und Vielbrunn zu einem Absturz eines Leichtflugzeuges. Die Maschine war nach jetzigem Stand mit einer Person besetzt. Diese konnte nur noch tot geborgen werden. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung wurde umgehend nach dem Absturz informiert und hat die Ermittlungen zur Absturzursache aufgenommen. Beileid an die Hinterbliebenen